Guten Morgen zusammen mit dem Blick in DAX, das Cable und den Neuseeland-Dollar, japanischen Yen. All das in den Handelsideen für den heutigen Morgen hier mit Tickmel, allen Zuschauerinnen und Zuschauer. Erst einmal ein herzliches Willkommen und die Bitte, wer Lust hat, den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren zu lassen, einfach hier in die Chats, bitte rein auf Facebook und auf GoToWebinar. Holger, grüß dich. Gehen wir ins Webinar, aber nicht bevor wir den Risikohinweis besprochen haben, der ist obligatorisch, den bitte ich hier in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Gestern ordentlich Nachrichtenseite, das war nicht schlecht zum Traden. Wir haben es gehabt hier auch in unserer Live-Besprechung. Heute hatten wir, oder gestern hatten wir ja um 14.30 Uhr die Pressekonferenz der EZB. Dann gab es am Abend noch das Ganze von der FED. Also ein Pickepacke voller Tag, wo man gut traden konnte. Wir haben es ja gesehen, was es um 14.30 Uhr fortfolgend an guten Trading-Möglichkeiten gab. Am Nachmittag das Ganze im Euro sogar nochmal in die andere Richtung. Der Dow wird gewünscht. Na klar, das mache ich gerne. Olaf, Ludger, Elena, einen schönen guten Morgen. Andreas, dir auch einen schönen Start in den Tag. Was gibt es heute an wichtigen Nachrichten? Wir sehen hier heute Nacht gab es aus China aktuelle Daten. Die hole ich mir gleich auch nochmal auf meinen Schirm. Da muss ich nur oben auf meinen vierten Monitor gucken, wo ich mir immer die Nachrichten auch mit einblenden lasse. Da sehen wir dann auch die aktuellen Daten, was in der Nacht aus China kam. Wir haben ja den Verbraucherpreisindex und den Erzeugerpreisindex gehabt. Positive Sachen gab es beim Verbraucherpreisindex. Der war wie erwartet bei 2,3. Etwas Abweichungen gab es bei den Verbraucherpreisen. Die wurden avisiert mit einem Rückgang von 0,2. Jetzt haben wir einen Rückgang von 0,4. Aber bei den Erzeugerpreisen, da wurde wieder getroffen. Erwartet waren 0,4. Hier wurden auch 0,4 geliefert. Und China ist ja sehr, sehr interessant. Man merkt mittlerweile auch, dass unsere deutsche Wirtschaft, sage ich mal, immer mehr Aufträge auch aus China bekommt. Und dadurch, sage ich mal, das Bild, wo wir die Wirtschaftsphasen abhängig stark von den USA hatten, dehnt sich jetzt so ein bisschen rüber auch nach China. China wird immer wichtiger. Und das merken wir auch in der deutschen Wirtschaft. Und wenn es in China gut läuft, dann kann man auch davon ausgehen, dass wir hier bei uns in Deutschland auch bessere Aufträge bekommen. Das heißt, das kann sich schon positiv auf unsere Wirtschaft auch auswirken. Deswegen schauen wir hier auch immer mal auf die chinesischen Daten. Auf was können wir heute noch warten oder konnten wir warten? Wir haben hier den Verbraucherpreisindex für Deutschland. Den haben wir hier. Der war avisiert. Wir sehen es hier auch mit 0,4. Das hat auch getroffen. Wir haben hier einen Zuwachs von 0,4. Dann gibt es heute noch aus den USA um 10 Uhr den IEA-Monatsbericht. Also das ist die Energiebehörde. Wir bekommen um 10 Uhr die Pressekonferenz der OPEC. Öle gab es ja gestern auch ein paar Nachrichten. Da haben wir ja gesehen, dass die Rohöl-Lagerbestände deutlich mehr gestiegen sind, als das eigentlich erwartet gewesen war. Aber der Ölpreis hält sich auf relativ hohem Niveau. Also zumindest gestern ist es jetzt hoch geblieben. Ich glaube, gestern hatten wir sogar ein leichtes Plus am Tagesende. Mal sehen, was der Markt heute daraus macht. Dann gibt es um 14.30 Uhr aus den USA auch noch den Erzeugerpreisindex. Wir sehen es hier oben. Die höchste Relevanz für den heutigen Tag. Und dann auch noch um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und dann am Nachmittag ein paar Reden seitens FOMC-Mitgliedern. Das im Nachmittagsgeschäft dann in den USA. Ja, soweit zu wichtigen Meldungen hier aus den genannten Märkten. Bitte auch immer selbst nachschauen bei den Tagesnachrichten bei anderen Währungspaaren. Da kann man natürlich auch immer mal den Blick darauf richten oder sollte man den Blick darauf richten, welche Nachrichten dort kommen. Weil Nachrichten bewegen einfach kurz. Und das haben wir ja gestern auch gesehen. Wenn wir uns hier beispielsweise nochmal den Euro anschauen. Wir haben es gestern gesehen. Euro, US-Dollar 14.30 Uhr zur PK. Also der Markt hat am Tag hier schön aufwärts reagiert. Schön nochmal antizipiert. Die positiven Dinge nach oben hin. Und dann kam die PK. Und dann gab es den ordentlichen Rutsch nach unten. Das konnte man gut traden. Mit der zweiten Bewegung hier. Wir haben das gestern im Live-Trading den ersten Schub gesehen. Dann gab es die Korrektur. Das hatte ich ja auch angekündigt. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich das Bild hier irgendwie so groß kriege, dass wir das mal besser sehen können. Kurzen Augenblick bitte. Da schiebe ich das nämlich mal etwas rüber. Ich muss nochmal die richtige Phase erwischen. Jawohl, hier haben wir es. So, dann haben wir nämlich schön gesehen. Hier, ich gucke mal, ob ich es noch eins größer bekomme. Hier den Rücksetzer. Genau, also was wir hier gestern gesehen hatten, war die Situation. Wir haben hier schön mit Beginn der Pressekonferenz sozusagen schön gesehen, wie der Markt hier deutlich nach unten gelaufen ist. Und ich sage immer, in so einem Fall nicht ins fallende Messer greifen, weil die Spikes nach oben und nach unten, die sind einfach nicht kontrollierbar. Was dann wohl deutlich besser ist, wenn wir dann die Gegenbewegung bekommen, so wie wir das hier gesehen haben und uns der Markt dann eine kurzfristige Richtung vorgibt. Und in diesen Momenten rund um so News ist es halt immer schön, wenn man kurzfristig agiert. Hier hatten wir den Rücksetzer und wir wussten in dem Moment, wenn er weiter drunter läuft, dass er weiter runter gehen kann, dass die Wahrscheinlichkeit da ist. Wir hatten ein schönes Absicherungsniveau hier oben im Markt liegen und dann konnte die Post auch wirklich schön mit abgehen. Das Ganze hat auch gar nicht so lange gedauert und dann gab es schon wieder das Gegensignal. Das heißt, man konnte dann, wenn man wollte und nah am Markt war, sogar hier die Gegenreaktion traden. Und wir sehen ja, wo wir jetzt an dieser Stelle auch stehen. Wir sind wieder hier oben angekommen, wo wir gestern standen. Und das sind die Chancen, die sich um diese News-Events immer wieder auch ergeben. Und das ist das Schöne hier im Trading. Das kann man einfach wunderbar mit nutzen. So, das also zu gestern. Den DAU gucken wir uns auch noch an. Gehen wir erstmal rein in die Handelsideen für den heutigen Tag. Heißt also an dieser Stelle, wir starten mal mit dem Währungspaar Neuseeland-Dollar, japanischer Yen. Das hat den Fokus auf meine Liste für heute geschafft, weil wir an einer interessanten Stelle stehen. Interessant aus dem Grund. Hier unten haben wir um die Marke von 74,7, knapp 4. Das Low hier unten ist gewesen bei 74,739. Da haben wir einen Support-Bereich. Wir sehen das hier aus dem alten Trend nach oben. Da war mal ein Korrekturtief. Da hat er auch das Tief hier aus dieser Bewegung im Abwärtstrend gehalten. Der Aufwärtstrend ist ja mittlerweile auch gebrochen. Und dann ging es hier in die tiefe Korrektur. Und aus tiefen Korrekturen heraus ist es oft so. Nicht immer, aber oft, dass wir im Bereich des alten Tiefs hier im Abwärtsbereich erst einmal so ein bisschen Rückhalt bekommen, dass der Markt nicht gleich durchrennt, sondern dass wir erst einmal so ein bisschen innehalten. Und das kann jetzt hier an dieser Stelle passieren. Das heißt, wenn wir hier sehen, wie der Markt gestern hier reagiert hat, da sehen wir unten zögerlich und dann nach oben gelaufen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wenn wir Aufwärtsdynamik bekommen, wenn wir uns hier nicht nur den Test des Tageshochs von gestern vor Augen führen, sondern darüber hinaus auch eine Bestätigung bekommen, dann haben wir die Chancen, hier auch ein Stück weit nach oben zu laufen. Das wurde gemerkt im kurzfristigen Bereich, weil wir traden immer noch gegen den aktuellen Trend. Heißt also, man sollte sich mal anschauen, was hier passiert nach oben hin. Wir haben hier ein paar sehr, sehr nahe Tageshochs liegen. Das sehen wir hier, das Tageshoch vom 9.04. Das haben wir liegen um die Marke von 75239 und dann hier noch das gleich dran liegende Tageshoch hier vom 8.04. Das haben wir bei 75238. Das sind so Marken, die sind extrem nah, die könnten für einen deutlichen Widerstand sorgen. Das heißt, dass wir von dort oben aus doch deutlicher nach unten laufen und diesen Bereich unten wegbrechen. Oder aber dort kommt Kaufdruck auf, weil einfach Orders liegen von Händlern, die dann plötzlich in die Long-Richtung agieren müssen oder wollen. Und das kann dann Schub nach oben bringen. Wie weit, ich weiß es nicht. Wir sehen es aber aus dem untergeordneten Trendverlauf der Stunde, dass wir hier zwischendurch noch um die Marke von 756 beziehungsweise hier oben bei 758 ein paar Anlaufpunkte haben, die dort im Stundentrendverlauf auch relevante Marken gewesen sind. Das liegt auf der Oberseite hier drauf. Läuft der Markt allerdings, wie ich das avisiert hatte, vom Abpraller nach unten, dann wird es erstmal spannend. Was passiert am Tagestief von gestern? Das hatten wir ja. Abprall oder Bruch am Tagestief. Da haben wir das Tagestief gestern bei 74,744 liegen. Läuft es drunter, dann ist der Markt relativ gut geöffnet hier bis in den nächsten Supportbereich bei 73,827. Das ist hier unten das Tief in diesem Trend gewesen. Das erste Mal hier die Wege im aktuellen Trading-Bereich. Schauen wir dann hinein in das Währungspaar. Britisches Pfund, US-Dollar, also das wohlbekannte Cable. Hier ein Markt, der uns nach unten und nach oben immer schöne ausladende Trade-Möglichkeiten gibt. Und was uns das Währungspaar hier momentan anzeigt, ist auch, sage ich mal, etwas, das man als Trader gut und gerne mal im Auge behalten kann. Aus welchem Grund? Ich zeige es gleich. Da zoome ich mal etwas weiter rein. Also wir sehen halt hier nach oben hin erst einmal in den ganz großen Bereichen läuft das Währungspaar eher hoch. Hier sehen wir aber doch die Abwärtstendenzen da. Und der Druck von oben nach unten, dass der immer wieder kommt, das sehen wir hier an diesen Kerzen. Hier hoch. Und dann wurden die Hochkurse immer wieder zum Abverkauf genutzt. Das Gleiche hier. Ran und dann Abverkauf. Hier das Gleiche wieder nach oben. Und wieder zögerlicher Abverkauf. Wir haben zwar hier eine Tageskerze gehabt, die angestiegen ist, aber wir können hier als Händler sehr, sehr schön eine Abwärtstrendlinie drüberlegen. Und wir sehen halt immer dann, wenn wir an diese Abwärtstrendlinie ranlaufen, kommt der Markt mit Schwäche rein. Heißt also, wenn wir hier oben die Schwäche bekommen und der Markt dann irgendwann anfängt, wieder runter zu drehen, dann können wir uns orientieren, nach unten hin an ein paar Tagesties, beziehungsweise hier in diesem Schwungbereich, beziehungsweise Staubereich um die Marke. Von 1,30. Der nächste Support, den haben wir dann hier unten liegen, bei 1,29. Also das sind auch zwei Dinge, die relativ nah beieinander liegen, wo der Markt durchaus mal reinlaufen kann und dann wieder nach oben bauten kann. Das ist alles kein Thema. Wir haben die Werte nach unten da. Wenn es hier zum Abprall kommt, dann können wir auch wieder sehr, sehr schön uns mal auf die Unterseite legen. Wir haben ja hier die Tagesleaves liegen ungefähr bei 1,30.3.8, beziehungsweise hier bei 1,30.3.1.6 und hier unten ist noch das nächste. Die liegen auch wieder sehr, sehr schön beieinander, was dann nach unten hin für Dynamik sorgen kann, bei 1,30.2 ungefähr. Also das die Marken zur Unterseite und damit können wir die Unterseite abhaken. Kriegen wir Stärke rein, müssen wir erst einmal hier diese Hochs hier wegnehmen. Wir haben hier ein paar Tageshochs, die wirklich deutlich als Widerstand gegolten haben. Laufen wir also hier über das Hoch drüber hier, was wir von heute hatten. Dann haben wir hier die Tageshochs um die 1,31.2.1.3. Da müssen wir erst einmal drüber wuppen. Wenn dem so kommt, könnte es durchaus auch nach oben gehen hier bis in den Bereich rein. 1,31.9.6. Also das sind so die wichtigen beziehungsweise sehr markanten Stellen, die wir hier im Chart auch sehen, was wir hier zum Schraden mit benutzen können. Auf dieser Stelle im Cable. Wir haben es ja auch gestern gesehen, so wirklich viel ist hier nicht passiert. Durch die Fed, also von der Seite her ist der Markt hier momentan in einer relativ ruhigen Verfassung. Das heißt, wir können uns schön auf den Marktverlauf hier verlassen. Wenn wir uns das Ganze noch einmal in der Stunde anschauen, da sehen wir hier der Markt, der dynamisch nach oben gelaufen ist. Wir sehen hier unten die ansteigenden Tiefkurse, aber wir kommen halt hier oben einfach nicht drüber. Und da ist schon die Gefahr da, wenn wir mit Trendlinien auch arbeiten, dass dieses hier rausgenommen wird. Das heißt hier, wenn wir uns dieses ansteigende Prozedere mal anschauen, hier in diesen Bereichen, da gab es immer mal Spikes nach unten in diesem Bereich. Aber wir sehen halt, es läuft immer mal auch wieder drunter. Und wenn dieser Bruch nachhaltig wird, dann ist das der Abprall von der oberen Linie und geht auch noch durch die untere drunter. Und dann ist das die Dynamik, die wir sehen wollen, wenn es nach unten läuft. So können wir uns das gut und gerne anzeigen lassen. Damit wechseln wir rüber in unseren deutschen Leitindex. Der hat gestern auch schon viel Spaß gemacht. Wir sehen hier den DAX in seinem aktuell großen Bild. Wir sehen, hier oben hatten wir den Widerstandsbereich, das haben wir hier gemacht, unter der Marke von 12.000, um die Marke von 12.000 Punkten, 12.9, 11.9 bis 12.4. Da war ein Deckel drauf, da wollte der Markt nicht drüber. Wir haben korrektive Phase gesehen. Gestern, nun haben wir gesehen, am Tagestief vom, das war der Dienstag, genau, am Tagestief vom Dienstag, sind wir auf der Stelle rumgedreht, nach oben reingelaufen. Der Tag gestern war ein positiver Tag, trotz dass die FED bzw. die EZB die Probleme in der Eurozone definitiv und sehr, sehr deutlich angesprochen hat, hat das den DAX jetzt nicht davon abgehalten, weiter den Tag als steigenden Tag zu nutzen. Heißt also hier, wenn wirklich Hilfsprogramme auch für die Banken kommen, die Zinsen weiter niedrig bleiben, sollte das gut für die Wirtschaft sein und sowas ist dann in der Regel auch gut für den Aktienmarkt. Wir haben ja die letzten Notenbankhilfen gesehen, was die im Index auch angestellt haben. Möglicherweise kommt das auch. Möglicherweise, ich spreche jetzt mit vielen Möglichkeiten, aber so ein Index wie der DAX, der preist ja zukünftige Erwartungen auch immer ein. Und aus diesem Grund haben wir hier mit mittelfristigem Blick schon eher positive Tendenzen, zumindest aktuell, was das Thema, sage ich mal, Erholung der wirtschaftlichen Phase auch angeht. Also hier, gestern der Anstieg und jetzt kommt es darauf an, was passiert. Wenn wir weiter nach oben laufen, das heißt, wenn wir es schaffen heute, über das Tageshoch von gestern drüber zu laufen, dann kann man im Plan schon mal haben, wir laufen weiter nach oben. Wir haben hier ein paar Tageshochs liegen, die habe ich ja hier hinten auch mit angekreuzt. Ich mache den Schatten mal etwas größer, dass wir es besser lesen können, hier an dieser Stelle. Also wir haben hier die Tageshochs liegen. Wir haben sie hier, das Tageshoch hier bei 11.939. Dann haben wir hier das Tageshoch liegen bei 11.000, nein, bei 12.006. und hier ist oben das Top, was wir dort im Trend hatten bei 12.031 Punkten. Das heißt, kommt der Markt positiv rein, ist die Oberseite offen, wird dieses Level hier oben rausgenommen, dann haben wir schon auch die Chancen hier weiter nach oben anzusteigen. mittelfristig dann, ich hatte diese Nummer hier oben schon mal gesagt, um die knapp 12.500 Punkte Marke. Das ist hier ein Bereich, wo wir hier an dieser Stelle schön nach oben laufen können und den nächsten charttechnischen Widerstand haben. Wo kommt der her, wenn wir uns das Ganze mal angucken? Hier haben wir schön den Abwärtstrend am Laufen und das ist halt eine Marke gewesen, die in diesem Abwärtstrend hier ein signifikanter Bereich gewesen ist. Das stellt dann den nächsten Widerstand dar und wenn der Markt sich positiv entwickelt, ist das mittelfristig das Ganze auch wert zu betrachten. Kurzfristig, wie schon gesagt, stehen wir hier, wenn es nach heute nach oben geht, in Richtung naheliegender Tageshochs. Also da ist einiges an Potenzial zur Oberseite mitzunehmen. Kommt es allerdings zum Abverkauf. Das heißt, der Markt wird schwach. Dann müssen wir schauen, was hier nach unten läuft und an der Stelle haben wir erst einmal das Tagestief von gestern beziehungsweise dann hier diesen Bereich um den Ausbruch bei 11.822 beziehungsweise auch da wieder nahes Tagestief hier am Tief hier. Das ist auch aus dem Schwungbereich der Stunde ein gut erkennbares Level. Das haben wir liegen um die Marke von 11.770. Also das mal ein paar nahe Anlaufpunkte, wenn wir jetzt direkt aus dem Tag wieder in Schwäche reinkommen, da wird die Entscheidung getroffen, was läuft. Das heißt, wir kommen dann hier oben kurzfristig raus. Wenn wir uns das Ganze mal in der kleinen Zeiteinheit angucken, bestimmt in den 15 Minuten sehen wir das relativ gut. Das hier wäre so ein Zeichen. Hier oben sind wir angedockt, dann lief es jetzt hier von oben nach unten und was wäre dann schwächer? Selbstredend, wenn es trendig geht, wir laufen hier hoch und dann drehen wir rum und ziehen den Markt nach unten. Das wäre dann ein Schwächezeichen, dass wir hier oben nicht raus wollten und dann sehen wir eher den Markt korrektiv nach unten laufen hier. Das muss man also als Händler im Blick haben und dann kann man relativ schnell auch im Intraday Trading die Richtung finden. So, dann schaue ich gleich noch mal in die Fragenfelder rein. Wir hatten den Dow und den gucken wir uns auch gleich mal noch an. Den nehmen wir uns hier auch mal im Tagesschart mit vor. Ich ziehe den gleich mal rüber hier. Den Dow, hier ist das Kürzel US 30, haben wir schön da. Auch hier zoome ich mal kurz etwas weiter rein. Also was wir im großen Bild momentan sehen, ist auch das, was ich am Freitag letzter Woche gesagt hatte. Wir sind weiterhin schön aufwärts gerichtet und die Entscheidung hat der Markt uns auch abgenommen, wo wir hinlaufen. Er ist hier an so einer Stelle einfach nach oben weiter angestiegen. Das heißt, die Handelsszenarien, die wir hier gemacht haben, haben sich in die bullische Situation rein entwickelt. Wir haben hier interessanterweise auch ein schönes Umkehrsignal bekommen. Das war hier diese Gravestone Candle. Die initiiert häufig auch mal eine Gegenbewegung. Und was wir hier im Dow jetzt auch sehen, ist, was gestern passiert ist. Der Markt hat das ganze Geschehen seitens der Fettergebnisse relativ ruhig und gelassen weggesteckt. Und wir bewegen uns jetzt hier in einem Support-Bereich. Das heißt, hier an dieser Stelle diese Marke, die kann ich auch schon mal grün mitmachen. Warum Support? Das sehen wir hier. Da gibt es zwei Punkte, die ich da im Auge habe als Support-Bereich. Das ist zum einen Einmal hier diese Marke um die 26, 26.100. Und dann haben wir hier diesen Ausbruchsbereich, wo dieser Markt hier an dieser Stelle trendig auch weiter nach oben gelaufen ist. Das sind so Supports, da hält der Markt sich momentan. Und hier kommt es jetzt auch darauf an, wie wir weiter laufen. Wir wissen es, wenn ein Support gebrochen wird, dann müssen wir erst einmal den Blick nach unten richten. Zumindest kurzfristig. Das übergeordnete Bild ist hier weiter bullisch. Wenn wir allerdings Stärke reinbekommen, dann so ähnlich, wie ich das gerade auch im DAX gesagt habe, dann haben wir die Chancen hier nach oben zu laufen. Anlaufpunkte hier sind auch nahe Tageshochs. Das heißt, der erste Marker ist das Tageshoch von gestern hier um die Marke von, wo haben wir es gehabt? 26.234,50. Das war das Tageshoch von gestern. Heißt also hier, nehmen wir das mal mit nach oben. Also knapp hier, das ist das Tageshoch. Da treffe ich den Punkt nicht immer so genau, aber ich hoffe, die Richtung stimmt in diesem Bereich. Das nächste, was wir haben, ist dann der Anlaufpunkt hier dieses Tageshoch. was wir hier bei ungefähr 26.000, knapp 350 Punkte haben. Das sind so Schwungbereiche, wo wir es relativ gut nach oben mitnehmen können, wenn der Markt dynamisch rausgeht. Und dann selbstredend hier natürlich das Top ganz oben drauf hier. Das ist der aktuelle, das aktuelle Trend hoch. Circa um die Marke 26.500 Punkte. Das liegt auf der Oberseite. Und das sehen wir übrigens auch sehr, sehr schön im Stundenchart an dieser Stelle. Das heißt, hier haben wir den Markt nach oben laufen gehabt. Hier sehr lange gesehen. Das, was wir jetzt hier sehen, ist die Korrektur. Und hier unten sehen wir so wie so ein bisschen Bodenbildung. Und wenn sich diese Bodenbildung jetzt fortsetzt, das heißt, wir hier oben trendförmig rauslaufen, das wäre dann gut das Zeichen, dass wir den Markt eher nach oben mitnehmen. Und wie schon gesagt, wichtiger Punkt ist hier das Top. Das sehen wir auch sehr, sehr schön im Stundenbereich. Dann haben wir hier oben einen Staubereich um die 26.000 knapp 3,5. Das sehen wir auch sehr schön. Und dann geht es schon ans alte Hoch mit ran. Und das ist die Entscheidung. Entweder oben drüber, dann die Longs praferieren oder unten drunter, dann erst einmal zumindest so lange wie die Abwärtsdynamik anhält, die Short-Seite praferieren. Das also hier der Blick in den Dau. Gut, jetzt schaue ich nochmal rein. So, wir kommen fast alles klar. Gut, weitere Fragen habe ich keine weiter. Das heißt an dieser Stelle danke wieder für die Aufmerksamkeit. Liken Sie das Video, teilen Sie das unter Ihren Freunden auf. Wir sehen, wir gehen hier morgens immer in die Märkte. Es gibt jeden Morgen schöne Trading-Möglichkeiten, wo man Geld verdienen kann. Wenn Wünsche da sind, gerne auch an mich richten. Ich mache alles möglich, was ich kann. Von der Seite her wieder danke für die Aufmerksamkeit. Bis morgen, spätestens 8 Uhr, gibt es den Blog-Eintrag und um 8.30 Uhr dann wie immer auch am Freitag der Blick in die Märkte mit ein paar Handelsmöglichkeiten und im edukativen Bereich morgen schauen wir mal, was wir alles so mit dem wohlbekannten RSI-Indikator anfangen können. Dazu gibt es dann selbstredend auch nach den großen Wochenausblick für die Nachrichten. Dann gibt es die große Chat-Analyse der großen Indizes und wir schauen, wie die Nachrichten in dieser Woche ausgefallen sind. Das gibt uns ein schönes, rundes Bild zum Abschluss in der Woche. Also dann allen gute Trades. Ich freue mich drauf. Meine Setups liegen im Markt. Bis dann, alles Gute. Tschüss.